Norddeutscher Rundfunk 2021 Hi! Ich krieg jetzt viel mehr Komplimente, seit ich diese Tittis hab, von Frauen. Aber was ich mich frage, mögen die meine Tittis oder sind sie neidisch? Wahrscheinlich neidisch. Ah, okay, das hab ich mir auch schon gedacht. Habt einen schönen Tag! Ein harmloser Junge, nicht verdächtig. Notieren Sie das, Dr. Watson. Ihr drei! Wir drei! Du stehst mitten im Bild. Läuft die Kamera? Läuft die Kamera? Hast du ein schönes... Sieht man? Wir, bzw. mein lieber Kollege Matthias Schweighöfer hat euch geprankt. Volle Wucht reingelegt. Ja. Habt ihr den Heli gar nicht gemerkt? Wir haben aus dem Heli gefilmt. Echt? Aus dem Heli? Der ist für euch! Super! Ja, danke! Danke euch für diese vielen schönen Momente. Wir haben sehr gelacht. Und dann sehen wir uns bald im Studio. Danke schön! Sternenhimmel, Sternenhimmel Wow! Ich seh grad, ihr esst mein absolutes Lieblingsessen. Das würde ich gerne finanziell unterstützen. Komm, wir setzen uns einfach hier ein bisschen hin. Dein Eis sieht auch gut aus. Ja, ich hab's mir auch extra ausgesucht. Nee, komm, wir tauschen das mal. Nimm du mal das hier. Ich nehm das. Das ist meins. Ich hab mir das doch extra ausgesucht. Ja, aber die Mama findet das jetzt auch gut. Ich wollte aber das Eis. Ja, was haben wir nicht schon alles gewollt im Leben? Ja, das ist wohl gut. Vielleicht ein andermal bei dir, ne? Macht doch nix. Herr je, ich bin in einer ganz schlimmen Notla... Notlage. Sie sind noch ein bisschen zu jung für den Enkeltrick, ne? Seh ich schon. Für was? Den Enkeltrick. Das ist der Enkeltrick. Wir nehmen deiner Oma ihre Rente weg. Sie wird es gar nicht merken. Sie ist zu senil. Sie kann uns ruhig was schenken. Mama, willst du dir jetzt wirklich ein Motorrad kaufen, sag mal? Na klar, Siggi. Der Hayabusa. Ey, 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Mama, wollen wir nicht einfach da in Ruhe immer drüber sprechen und erst mal ein Eis essen gehen? Du Wahnsinn. Ja, willst du mich töten? Ich hab Diabetes. Was fühlst du denn mit so einem schnellen Ding? Das ist doch... Mann, ich mach mir Sorgen einfach. Ach, guck mal, schauen Sie auch mal. Die Dame in dem pinken Oberteil da oben. Die wurde ja von ihrer Firma gekündigt, fristlos, vor einem halben Jahr. Und jetzt geht die einfach jeden Tag hier auf dem Platz, sitzt hier und geht dann abends nach Hause, damit die Familie das nicht rauskriegt. Wenn der Mann das rauskriegen würde, der wäre richtig was los. Sie hatten vorher schon eine Krise in der Ehe, aber mich interessiert das alles gar nicht. Leute, jetzt geht bald die Welt und da die Russen kommen, der Strom ist alle. Eine Frage, wenn man keinen Strom hat, dann hat man auch kein Fernsehen. Muss ich dann trotzdem noch GEZ zahlen, wisst ihr das? Weil Radios ja mit Schiakkus laufen. Oh, verdammt! Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Mehr als 200 Knochen im Körper, doch nichts bricht so oft wie das Herz. Hallo ihr zwei. Ich bin Psychologe. Kleiner Tipp, habt einfach mehr Spaß im Job. Dann geht alles viel leichter. Ja, ich suche den CEO. CPO? Ist denn der CTO da? Auch nicht da. Ist der COO da? Wer ist das denn? Von dem Geschäft, Chief. Also meinen Chef suchen Sie? Ja, 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 genau. Oder macht der schon wieder Homeoffice? Nee, macht der nie. Der macht nie Homeoffice. Wer sind Sie denn? Ich finde es komisch, dass man ihn nicht sieht. Bernpol, Private Equity. Ich finde es komisch, dass man ihn nicht sieht. Das ist ein Optikgeschäft, wir müssen einfach reingehen und Hallo sagen und dann kommt jemand. Also ich habe schon genug gesehen. Ich werde das so der Holding mitteilen, dass der scheinbar immer im Homeoffice ist und dann können Sie ihm sagen... Der ist nie im Homeoffice. Der steht hinten in seiner offenen Bergstadt. Wenn Sie den Laden betreten, sich das ansehen, ist das gar ganz gesehen. Ich bin sehr unzufrieden mit der Situation. Ja, Bronco. Auf Join! Nein, auf Join! Join! Bronco, mein Lieber, wenn du neue Folgen Comedy Street da gucken willst, das guckst du auf Join. Du guckst nicht auf Eselfilme, auch nicht auf Kino.to, auch nicht auf Saugstube, Torrent oder RapidShare. Einfach auf Join! Es ist umsonst. Sorry, Alter! Es ist umsonst und es ist auch illegal. Es tut mir leid, Bronco. Du musst die Folgen leider umsonst und legal gucken. Auf Join! Danke! Kone국 Untertitelung des ZDF, 2020